Leute, auf meinem Minecraft-Server ist ein ehemaliger Scammer online Und ich hab mir gedacht, dass ich den heimlich trollen werde Ich hab auch einige Ideen, Leute, die ich hier umsetzen kann Er ist in Kaubewei gesperrt Okay, Leute, das war aber noch nicht alles Und zwar will ich ihn noch in Feuer setzen, zack Okay, der hat anscheinend Feuerschutz hier aktiviert auf dem Server Als nächstes hab ich mir gedacht, teleportier ich ihn zum höchsten Punkt So, Leute, jetzt ist er wirklich so hoch im Minecraft, wie ist möglich Es ist in untermis gar nichts mehr, wenn er darunter fällt, ist Zähne für ihn Der Scammer denkt hier, der hat wirklich eine Chance oder was? Nein, hast du nicht, runter mit dir Dann hab ich hier noch eine schwarze Box vorbereitet Wo ich den drin einsperren werde, Leute Der ist da drin gefangen Dann hab ich es aber aufgelöst und gezeigt, dass ich es war Aber Leute, für jeden Like, den ihr mir auf dem Video da lässt Baue ich ihm eine neue Folle Und für jeden neuen Follower, den wir kriegen, nehme ich ihn jetzt mal einen Dollar weg Aber Leute, das Ganze ist auf meinem Serverio-Schein.de abgelaufen Ihr könnt auch mit Handy und PC drauf, Leute, wenn ihr spielen wollt Kommt dazu und scammt keine Spiele Und wenn sie keine Risiken Die ist vielleicht nicht office zu stehen die Schmerz Vielen Dank.